Herzlich willkommen zu einem Let's Play von Fateforge Chronicles of Khan, ein Dungeon-Caller-Abenteuerspiel von Mighty Boards. Ich habe euch das Spiel vor kurzem in meinem Spiel 2024 Loot-Video vorgestellt und es ist aktuell mein absolutes Lieblingsspiel. Heute möchte ich euch an meiner Begeisterung teilhaben lassen und deshalb spielen wir gleich einen kompletten Dungeon im Battle-Mode. Der Battle-Mode ist eine Art Mini-Kampagne, bei der es hauptsächlich um die Kämpfe geht und mein Video bleibt deshalb weitestgehend spoilerfrei. Ich werde euch hier nichts aus der Hauptstory verraten. Das Coole am Battle-Mode ist, dass wir unsere Helden direkt am Anfang mit ein paar Skillkarten ausstatten können und dadurch haben wir jetzt auch gleich schon ein paar schöne Kombos, die wir auslösen können. Und jetzt genug geredet, wir zoomen auf den Spieltisch und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gameplay. Willkommen im Dungeon bzw. auf dem Marktplatz. Das ist das erste Szenario, was wir spielen und hier sind unsere beiden Helden. Wir spielen einmal den Forest Guard und den Nobleman. Die haben auch hier die passenden Miniatur. Das ist hier der Forest Guard, das der Nobleman. Und ja, die werden sich jetzt hier über den Markt bewegen. Und die ganzen Holztoken, die wir hier haben, sind die verschiedenen Gegner mit verschiedenen Fähigkeiten. Ja, was ist unsere Mission? Und zwar müssen wir einen Spion befreien, der sich zuvor hier als Händler auf dem Markt verkleidet hatte. Und die Stadtwache hat ihn aber enttarnt. Und hier ist der Lieutenant der Stadtwache, der hält den Spion hier gefangen. Der Spion arbeitet für uns. Und unser Ziel ist es, diesen Spion zu befreien. Der wird repräsentiert hier durch diesen Token. Ja, wie machen wir das? Wir müssen den Lieutenant besiegen und müssen uns vorher natürlich hier erstmal einen Weg durchkämpfen. Ja, wenn wir den Spion befreit haben, müssen wir zusammen mit dem Spion fliehen. Und zwar hier durch den Ausgang A. Der Ausgang A wird hier durch diesen Elite-Grunt verteidigt bzw. bewacht. Wir müssen auf jeden Fall diese Einheit auch besiegen, damit der Ausgang frei ist. Und dann können wir da durch. Wir müssen nicht zwingend in der letzten Runde hier sein. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen freien Weg oder sollten einen freien Weg haben, um durch Exit A fliehen zu können. Gut, ja, ich habe das Szenario soweit aufgebaut. Wir haben jetzt hier die verschiedenen Gegner links stehen. Das sind hier die Karten mit den verschiedenen Fähigkeiten. Da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Und unsere Helden haben auch verschiedene Fähigkeiten. Die werde ich euch jetzt auch nach und nach erklären, was die können. Die haben auch hier ihre verschiedenen Kampfwürfel. Hier oben sind die Lebenspunkte. Der Forest Guard hat sieben Lebenspunkte. Der Nobleman nur sechs. Und beide haben hier so diese Flammen. Das sind hier so Flammen-Token. Die können wir einsetzen für einen Reroll am Anfang der Vorbereitungsphase. Oder auch können wir damit zusätzliche Bewegungen machen. Aber das erkläre ich euch, wie gesagt, im Laufe der Partie. Ja, was wir zum Spielen brauchen, ist die App. Die habe ich hier auf dem Handy gerade. Und hier stehen die ganzen Aufbauanweisungen. Hier das Layout des Dungeons. Und ich klicke jetzt hier mal auf Next. Und dann stehen auch hier schon unsere Aufgaben. Wir sollen einmal den Militia Leader, also hier diesen Lila-Token besiegen, um den Spion zu befreien. Und dann sollen wir mit dem Spion hier durch Exit A fliehen. Da stand das nochmal. Dann haben wir noch ein paar Special Rules. Und zwar steht hier, dass der Held, der den Spion befreit, also ein Held wird gleich diesen Spion mitnehmen. Wenn wir ihn befreit haben, der hat einen kleinen Nachteil. Und zwar darf er nicht daschen. Das ist eine freie Bewegung, die wir am Anfang jeder Runde benutzen können. Und er muss sogar noch einen Würfel diskarten. Also, weil der Spion, den Spion mitzunehmen, das erfordert natürlich zusätzliche Kraft. Und da können die Helden sich nicht komplett auf das Kämpfen fokussieren. Also, da müssen wir aufpassen, dass wir dann trotz dieses Nachteils dann den Exit erreichen. So, und jetzt sehen wir hier die Preparation Phase. Damit fangen wir jetzt an. Und da oben steht die Turn-Sequenz, also der Rundenablauf. Es gibt immer eine Spieler-Phase und eine Enemy-Reaction. Und wenn das hier alles vorbei ist, gibt es dann nochmal die Schurken-Phase, beziehungsweise die Gegner sind dann nochmal komplett dran. Die Enemy-Reaction, werdet ihr gleich sehen, ist immer so ein zusätzlicher Angriff. Da werden zwei Gegner aktiviert und können uns dann das Leben nochmal schon mal vorab schwer machen. Und was ganz spannend ist, dass die Reihenfolge hier, die hier steht, tatsächlich random ist. Es kann sein, dass die Enemy-Reaction direkt am Anfang dran ist, bevor wir überhaupt was machen können. Es kann aber auch sein, so wie das jetzt ist, dass erst ein Spieler dran ist, dann kommt die Enemy-Reaction und dann ist der andere Spieler dran. Also, die Varianten gibt es. Wenn man zu dritt oder zu viert spielt, gäbe es halt noch weitere. Da kann es auch sein, dass erst mal zwei Spieler dran sind, dann kommt die Enemy-Reaction und dann ist der dritte Spieler dran. Ja, aber bevor wir auch bestimmen, wer wann da dran kommt, müssen wir erst mal würfeln. Das ist der erste Schritt, den wir jetzt befolgen sollen. Und ich fange jetzt mal hier mit dem Forest Guard an. Der hat hier diese vier Würfel. Der Forest Guard ist ja hauptsächlich auf Fernkampf fokussiert. Er hat hier ziemlich viele Pfeile und Möglichkeiten, aus der Ferne anzugreifen. Und ich würfel jetzt erst mal und habe jetzt hier das gewürfelt. So, ich lege mal sein Ergebnis hier hin. Die werden wir gleich einsetzen. Ich lasse das erst mal liegen. Dann sind wir jetzt mit dem Nobleman dran. Der hat hier andere Würfel. Der hat auch einen Fernkampfwürfel und hier auch nochmal zwei Nahkampfwürfel. Und dann auch noch sowas hier, so einen gelben Würfel. Der, wofür steht der eigentlich? Ich glaube, der ist eher dann für die Bewegung. Und ja, der ist vor allen Dingen für Bewegung da. Da sind sehr viele Bewegungse-Icons drauf. Und da haben wir dann auch jetzt das Ergebnis. So, gut, das ist jetzt passiert. Und jetzt können wir, bevor wir in die Kampfphase richtig starten, können wir unsere Ergebnisse teilweise manipulieren. Wir können zusätzliche optionale Aktionen ausführen. Ich kann das auch mal hier auf dieser Karte zeigen. Da steht das auch nochmal. Also Roll for Combat Dice. Das haben wir gemacht und jetzt haben wir hier die optionalen Möglichkeiten. Wir können, wenn wir drei gleiche Wurfergebnisse haben, können wir einen Würfel manipulieren. Das ist aber aktuell bei uns nicht der Fall. Also der Nobleman hat jetzt hier zwei Schwerter gewürfelt. Hier ist auch ein Schwert drauf. Allerdings ist das nicht genau das gleiche Würfelergebnis wie hier, sondern da ist auch noch ein Zusatz. Das ist quasi so ein optionales Ergebnis. Da kann ich mir aussuchen, ob ich laufen oder kämpfen möchte. Und ja, deshalb gilt das hier nicht als drei gleiche Ergebnisse. Und beim Forest Guard ist das auch nicht so. Hätte ich jetzt hier noch ein Schwert gewürfelt, ein normales, hätte ich tatsächlich mir ein Schwert aussuchen können. Und dann hätte ich diesen Würfel beliebig verändern können. Aber wie gesagt, ist jetzt gerade nicht der Fall. Dann die nächste Möglichkeit, die wir haben, ist der Energy Reroll. Wir könnten, wenn wir einen Fehlschlag gewürfelt hätten, ich zeige euch mal, wie so ein Fehlschlag aussieht. Die sehen so aus. Dann könnten wir eine Flamme einsetzen, um den Fehlschlag nochmal neu zu würfeln. Und das Letzte, was wir jetzt machen können, in jeder Runde ist das Daschen. Und Daschen, das sind freie Bewegungen. Wir könnten jetzt sagen, dass wir mit beiden Charakteren oder auch nur mit einem uns um ein Feld bewegen. Das ist das Daschen. Das können wir jederzeit am Anfang jeder Runde machen. Das Daschen hat aber einen Nachteil. Denn sollte ein Gegner im Feld sein, wo wir uns gerade befinden und wir dann daschen, dann würden wir einen Schaden erleiden. Das passiert nur beim Daschen. Wenn wir uns regulär bewegen, kriegen wir keinen Schaden. Aber beim Daschen, wie gesagt, da würden wir jetzt Schaden erleiden. Das könnte ich jetzt tatsächlich for free machen, weil dort, wo wir uns befinden, wir sind ja noch auf dem Startfeld, da gibt es gerade keine Gegner. Also könnten wir durchaus jetzt ein Feld nach vorne gehen. Und ich glaube, dass ich das tun werde mit beiden Charakteren. Also ich gehe mit dem Nobleman und mit dem Forest Guard hier hin. So, damit sind wir jetzt fertig. Und jetzt können wir entscheiden, wie die Reihenfolge sein soll. Also es wurde ja gesagt, es gibt in der Mitte beider Spielerzüge gibt es die Enemy Reaction. Die wird hier durch diesen Totenkopf repräsentiert. Und ich kann jetzt entweder sagen, es ist erst der Forest Guard dran oder es ist erst der Nobleman dran. Das kann ich frei entscheiden. Und ich glaube, ich gucke mir mal die Würfelergebnisse eben nochmal an. Ich glaube tatsächlich, dass ich mit dem Nobleman anfange, also es so lasse, wie es ist. Schauen wir uns mal eben den Nobleman genauer an. Der hat auch noch eine besondere Fähigkeit. Der ist Masterfenster. Und ja, während der Vorbereitungsphase, also es ist die Phase, in der wir uns gerade befinden, müssen wir uns für eine Stance-Seite entscheiden. Der hat nämlich zwei verschiedene Ausrichtungen. Einmal The Arrow und einmal Low Guard. Und das wird hier durch diesen Token repräsentiert. Wenn ich den jetzt so lasse, bin ich Low Guard. Und je nachdem, für welche dieser Seiten ich mich entscheide, habe ich unterschiedliche Fähigkeiten. Ich kann hier zum Beispiel dieses, wo ist dieses Symbol, dieses Symbol hier, könnte ich in eine Verteidigung umwandeln. Wenn ich Low Guard bin und wenn ich The Arrow bin, könnte ich hier Pfeile umwandeln in eine Bewegung mit einem Schlag. Das ist jetzt aktuell beides für mich nicht relevant, weil ich die entsprechenden Würfelergebnisse nicht habe. Aber ja, ich gucke mal eben, er hat hier auch noch Skillkarten. Also die Skillkarten, die hier oben liegen, gehören zum Nobleman. Und da gibt es auch zwei Skillkarten. Das sind seine Startfähigkeiten, die je nachdem, welche Form er gerade hat, unterschiedlich sind, beziehungsweise die ich einsetzen kann. Wenn ich jetzt hier Low Guard bin, habe ich hier Repost. Und zwar könnte ich einmal pro Combat-Round, wenn ich blocke, einen Schaden einem Gegner zurückschießen, der sich in meiner Zone befindet. Oder wenn ich diese andere Form habe, das The Arrow, dann erleide ich beim Daschen keinen Schaden von Gegnern in meiner Zone. Also das, was ich gerade erklärt habe, das wäre dann tatsächlich bei dem Nobleman dann aufgehoben. Von daher, ja. Aktuell ist es tatsächlich egal, welche Form ich nehme, ich bleibe einfach bei Low Guard. Gut, dann starten wir jetzt. Also ich habe jetzt hier meine Würfel und ich erkläre mal eben die Ergebnisse. Also wir haben hier zwei Schwerter gewürfelt und so ein Schwert zählt immer für Schaden und zwar ein Schadenspunkt pro Schwert. Und ich könnte jetzt, weil ich jetzt mich hier mit einem Gegner im Kampf in derselben Zone befinde, könnte ich jetzt direkt diesen roten Gegner, das ist ja dieser Elite-Grund, den könnte ich angreifen. Dieser Gegner, der hat zwei Lebenspunkte. Der hat auch eine Fähigkeit und zwar ist der Frontliner und das betrifft nur Angriffe aus der Ferne. Und zwar, wenn ich aus der Ferne angreife, also von einer angrenzenden Zone mit einem Bogenschuss, dann müssen diese primär erst diesen Elite-Grunds, also den roten Einheiten, zugeteilt werden. Das ist jetzt gerade irrelevant. Ich sage jetzt einfach mal, ich nutze diese beiden Schwerter und greife den an. Und da er nur zwei Lebenspunkte hat, ist der auch sofort besiegt. So, das war schon mal gut und jetzt kann ich überlegen, jetzt habe ich hier noch eine Bewegung, damit kann ich mich um ein Feld immer bewegen und ich habe hier diese Wahl zwischen Bewegung oder Schwert. Da kann ich jetzt entscheiden, ob ich einmal schlage oder ob ich mich nochmal bewege und ich entscheide mich jetzt einmal dazu, hier wirklich auf den Marktplatz zu gehen. Dann bin ich zwar etwas gefährdet, aber ich nutze direkt das Schwert hier und greife diesen Hund hier an. Der Hund, der hat hier nur einen Lebenspunkt, aber der kann ziemlich nervig werden, wenn man die nicht direkt besiegt. Die sind nämlich ziemlich schnell und die würden hier verschiedene Fähigkeiten gleich auslösen. Deshalb greife ich direkt diesen Hund an und der ist dann auch besiegt. Der wird mich gleich nicht stören. Jetzt bin ich zwar hier noch mit zwei weiteren Gegnern, beziehungsweise drei weiteren Gegnern in derselben Zone und es kann sein, dass die mich gleich wirklich angreifen und auch besiegen. Ja, bevor wir jetzt zur Enemy Reaction kommen, bleibe ich nochmal hier bei den Skills. Ich habe hier noch weitere Fähigkeiten mit dem Nobleman und zwar kann ich hier einmal, wenn ich Fehlschläge würfel, kann ich die in eine Verteidigung umwandeln oder ich kann einen Fehlschlag und ein Schwert umwandeln in einen Spezialschlag. Was ist dieser Spezialschlag? Der ist im Grunde auch nur ein Schaden wert, also der macht jetzt nicht mehr Schaden, aber ich kann diesen Spezialschlag mit diesem Skill wiederum umwandeln in einen Doppelschlag. Also wenn ich so einen Spezialschlag würfel, der ist auch hier auf diesen Würfeln mit drauf, das ist quasi so wie eine 6. Hier ist jetzt das gleiche für Pfeil, also für Fernangriffe und hier ist, wo ist er, egal, hier ist dieser Spezialschlag. Den könnte ich, wenn ich den Würfel entweder in einen Doppelschlag umwandeln oder eben, wenn ich vorher einen Fehlschlag würfel plus ein normales Schwert, könnte ich das quasi hier kombinieren. Dann kriege ich den Spezialschlag, den ich dann wiederum hier rein investieren kann. So, die Flamme hier, die habe ich ja gerade gar nicht eingesetzt, die tue ich mal wieder hier zurück, das war ja gerade nur aus Demonstrationszwecken. Und ich lege mal hier wieder unseren Lieutenant wieder auf den Spion, beziehungsweise der Held den Spion weiter gefangen. Und ich sehe gerade, ich habe auch noch was vergessen. Der Lieutenant, der hat noch zwei Würfel. Die lege ich mal hier drauf, das ist seine Rüstung. Diese schwarzen Würfel, ja, erkläre ich gleich, wenn es soweit ist. Die schützen ihn nochmal vor Schaden, wir können ihn nicht direkt besiegen, wenn wir ihn angreifen. So, jetzt kommen wir zur besagten Enemy Reaction. Wie funktioniert das? Wir holen wieder die App und klicken jetzt hier auf Start Action Phase. Und ja, da steht jetzt Enemy Reaction, die wollen wir uns jetzt anzeigen lassen. Klicke ich drauf und der zeigt uns jetzt zwei Gegner, die gegen uns aktiviert werden. Wir sollen jetzt einen roten und einen grünen aktivieren und die werden jetzt hier verschiedene Fähigkeiten auslösen. Es wird immer geguckt, was ist denn der nächste Gegner, der hier in Frage käme. Und ja, ich bin tatsächlich ja hier sowohl mit einem roten als auch einem grünen Gegner in derselben Zone. Deshalb werden die beiden jetzt direkt auf den Nobleman gehen. Und da schauen wir uns mal an, was machen die? Die werden beide einmal angreifen. Gut, das heißt, der Nobleman, der kriegt jetzt direkt, ja, kriegt direkt einen ausgewischt und verliert zwei Leben. Das heißt, dann nehme ich hier diese beiden Herzen, lege sie hier unten und die sind dann jetzt hier verbraucht. Okay, das war die Enemy Reaction. Jetzt muss ich aufpassen. Ich habe jetzt Continue geklickt bei der App und jetzt bin ich wieder dran mit der nächsten Phase. Jetzt ist hier der Forest Guard dran. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen können. Ja, also wir sind jetzt hier mit unserem Forest Guard und ich erkläre nochmal hier die, ich erkläre erstmal seine Skills. Er hat einmal die Fähigkeit, dass er während der Vorbereitungsphase einen Re-Roll machen kann und zwar von allen Würfeln, wenn er keinen Pfeil, also keinen Fernangriff gewürfelt hat. Das habe ich jetzt gerade nicht gemacht, weil ich habe hier einen Fernangriff gewürfelt, von daher war das nicht relevant. Mit dem Forest Guard haben wir also eigentlich in jeder Runde einen Fernkampf so gut wie sicher, wobei ja nicht ganz sicher. Es kann ja natürlich sein, dass ich beim Re-Roll auch keinen Fernkampf würfel, aber dadurch, dass ich hier drei blaue Würfel habe, die auf Fernkampf ausgerichtet sind, ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich immer hoch. Fernkampf habe ich ja gerade gesagt, ich kann von hier hier reinschießen. Das könnte ich jetzt auch mit diesem Würfel hier machen und dann müsste ich, weil dieser rote Frontliner das hier sagt, muss ich primär erst ihn anvisieren. Ja, was kann der Grüne eigentlich? Der Grüne ist ein Blocker und der sagt, Heroes in the same zone cannot leave voluntarily. Das heißt, ja, wir sind im Grunde gefangen, wenn wir hier uns in dieser Zone befinden, dürfen wir hier nicht mehr raus. Von daher müssen wir jetzt mal gucken, was wir jetzt so anstellen. Ja, der Forest Guard hat hier oben auch noch weitere Fähigkeiten. Einmal seine Startfähigkeit ist hier der Range Shot und Intimidate. Hier seht ihr den Spezialfernkampfschuss. Das ist ja dieses Symbol. Das ist genauso hier wieder wie der Spezialangriff. Den können wir umwandeln in einen Longshot. Also da könnte er, kriegt sein Fernangriff eine weitere Reichweite. Dann kann er nämlich über zwei Zonen schießen. Und ich habe diesen Fernkampf abgegradet. Ich habe nämlich hier den Range Shot 2 mir geholt. Ich durfte nämlich, in Vorbereitung des Szenarios, durfte ich mir ein paar Skills kaufen. Und da habe ich mir diesen Range Shot 2 geholt. Und der sagt dann, dass ich diesen Spezialschuss umwandeln kann in eine längere, also in eine höhere Reichweite plus mehr Schaden. Also ich würde mit diesem Range Shot 2 zwei Schaden machen und habe eine Reichweite von zwei. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit, hier dieses Symbol, das ist das Fokus-Symbol und einen Spezialschuss in einen regulären Angriff plus zwei umzuwandeln. Also ich könnte damit drei Schaden machen. Das ist mega stark. Und hier kann ich den Fokus nutzen und ein beliebiges Ergebnis, aber kein Fehlschlag. Und dann kann ich diese Fähigkeit auslösen. Move a minion from your zone to an adjusted zone. Also ich könnte sagen, wenn ich jetzt gleich hier wäre, könnte ich sagen, ich könnte den hier dahin zwingen. Und damit er uns hier nicht gefangen hält. Vielleicht mache ich das sogar gleich. Ja, aber erstmal gucke ich mal, was wir noch so tun können. Und ich glaube, ja, ich habe eine Idee. Erstmal sortiere ich hier wieder meine Skills. Diese Flammen, ich habe ja gerade gesagt, die Flammen können wir teilweise für Re-Rolls einsetzen. Wir können sie aber auch für in der Combat-Phase oder Action-Phase, wie es jetzt hier heißt, können wir sie auch nutzen, um uns zusätzlich zu bewegen. Hier steht, Spend one flame, optional to move one zone once. Und ich überlege tatsächlich, das zu tun. Ich verrate euch auch gleich, warum. Denn ich überlege, einmal den Fernangriff gegen den Roten hier einzusetzen. Dann die Flamme zu nutzen, um mich hier hinzubewegen. Mein Melee-Angriff, also meinen Nahangriff, nochmal gegen den Roten zu setzen. Dann ist er besiegt. Und dann habe ich hier diese beiden Würfel. Und die würde ich für meinen Skill hier verwenden, dass ich den grünen in eine andere Zone bewege, sodass er mich gleich nicht angreifen wird. Das wäre jetzt so mein Plan. Ich glaube tatsächlich, dass ich das so machen werde. Ja, dann machen wir das so. Ich nutze erstmal den Fernangriff und füge dem hier einen Schaden zu. Es gibt auch hier so Schadenswürfel. Der hat jetzt erstmal einen Schaden. Am Ende einer Runde wird der Schaden übrigens immer auch wieder entfernt. Das heißt, die Gegner heilen sich. Deshalb, ich muss auf jeden Fall zusehen, um jetzt nicht Schaden zu verschenken, dass ich sie auch komplett besiege. Das werde ich jetzt tun. Also ich nutze jetzt eine Flamme. Und jetzt bewegt sich mein Forest Guard hier hin. Dann nutze ich das Schwert und füge ihm den zweiten Schaden zu. Somit wird er besiegt. Und ja, er hatte zwei Lebenspunkte. Und dann nutze ich jetzt hier Intimidate. Hier ist das Fokus-Symbol drauf. Und ja, das ist eine Bewegung, die ich jetzt als zusätzliche oder beliebige Aktion einsetze und bewege den grünen hier hin. Warum ist das gut? Weil jetzt gleich, jetzt bin ich mich fertig mit meiner Runde, werden die Gegner alle gleich eine Aktion ausführen. Und der Guard, der bewegt sich tatsächlich nicht. Der würde tatsächlich das Einzige, was er kann, ist Gegner in seiner Zone angreifen. Aber er läuft mir nicht hinterher. Ich habe ihn quasi jetzt geschickt ausmanövriert. Und hier dieser Bogenschütze, dieser blaue, der wird mich gleich nicht angreifen, weil der kann nämlich nur Gegner in angrenzenden Zonen angreifen. Und er hat gar keinen Nahangriff, zumindest in seiner regulären Angriffsvariante. Es kann sein, bei diesen Enemy Reactions, da sind die Symbole teilweise anders, die hier draufstehen. Da kann es mal passieren, dass er dann doch mal einen Nahkampfangriff macht. Aber bei der regulären gegnerischen Phase, die jetzt gleich kommt, passiert das nicht. Und ja, das spielen wir jetzt einmal durch. Und zwar starte ich jetzt die Gegnerphase und hier steht jetzt, dass ich alle Gegner einmal in der Reihe aktiviere. Und ja, wie funktioniert das? Also ich gehe jetzt in dieser Reihenfolge durch. Die Reihenfolge ist hier festgelegt. Es fängt immer bei weiß an und geht genau in dieser Reihenfolge durch. Ich gucke jetzt immer, welche Gegner gibt es denn noch, die hier weiß sind. Das sind hier die Hunde. Und wir haben hier noch einen Hund, der befindet sich hier. Und jetzt wird geguckt, ob sich irgendwelche Spieler in seiner Reichweite befinden. Und er hat eine Reichweite von 0, dann würde er das machen. Bei einer Reichweite von 1 würde er das machen. Und bei einer Reichweite von 2 würde er das machen. Ich muss jetzt gucken. Also in 0 befindet sich niemand. In 1 befindet sich niemand. Und in 2 befindet sich auch niemand. Also macht der Hund einfach nichts. Der kann niemanden erreichen. Und somit können wir ihn überspringen. So, das Gleiche beim Bowman. Der hat nur eine Reichweite von 1. Und hat keine, wie ich gerade erzählt habe, keine Reichweite von 0. Das heißt, der macht nichts. Und der macht auch nichts, weil in der Reichweite von 1 befindet sich niemand. Dann haben wir die Elite Guards. Die können gerade auch nichts machen. Weil die nur eine Reichweite von 0 haben. Und nur was machen würden, wenn Spieler in ihrer Zone sich befinden würden. Und das ist hier nicht der Fall. Das Gleiche beim Blocker. Der macht auch nichts. So, und jetzt haben wir hier noch den Leader. Den Lieutenant. Da steht es drauf. During enemy turns, move the closest air minion, also den nächsten roten Minion. Not in the closest air minion, not in this enemy zone, one zone towards this enemy. Also, ein roter enemy geht gleich, wird sich jetzt bewegen Richtung Lieutenant. Der wird quasi gerufen von ihm. Und das wäre nach meiner Rechnung der hier. Der zählt nicht. Der ist ja schon bei ihm. Und der müsste sich jetzt eigentlich hier bewegen. Jetzt bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob sich nicht trotzdem air bewegt. Weil dieser Gegner hier, der bewacht ja den Ausgang A. Und es kann sein, dass da eine Priorität ist. Also, ich gucke mal eben nach. Ja, das finde ich gerade nicht in der Anleitung. Tatsächlich, ja, wenn wir das jetzt hier wortwörtlich nehmen, bewegt er sich jetzt hier hin. Ich hätte jetzt so vermutet, dass er eigentlich hier bleibt. Kann natürlich so sein. Aber diese Regel finde ich hier gerade nicht. Halt, Stopp. Ich habe es doch gerade in der Anleitung gefunden. Es ist doch so, wie ich vermutet habe. Und zwar steht hier, dass Gegner, die Token beschützen, sich niemals bewegen. Das heißt, tatsächlich, diese Wache, dieser Elite-Grant, der bleibt hier liegen. Und deshalb bewegt sich nur er hier. Und er wird sich jetzt eine Zone zu uns bewegen. Er geht jetzt hier hin. Okay, gut, dass ich das doch noch in der Anleitung gefunden habe. Und ja, jetzt sind wir am Ende der Runde. Wie viele Runden haben wir eigentlich? Das steht hier oben. Das variiert je nach Szenario. In diesem Szenario haben wir tatsächlich nur drei Runden Zeit. Und die erste ist jetzt schon vorbei. Deshalb ist dieses Spiel tatsächlich auch so sehr puzzelig, weil wir gucken müssen, wie wir mit diesen wenigen Runden, die wir zur Verfügung haben, unser Ziel erreichen können. Deshalb können wir uns hier nicht irgendwie auch, sag ich mal, erstmal hier unten uns ein bisschen rumbewegen und hier looten. Und hier zum Beispiel diese Boxen oder so aufmachen und dann uns ums Hauptstil kümmern, sondern wir müssen wirklich straight versuchen, unser Ziel zu erreichen mit der wenigen Zeit, die wir haben. Und das ist manchmal ganz schön knifflig. Ja, wir starten jetzt mit Runde 2 und ich klicke hier auf Start Cleanup Phase und die Cleanup Phase sagt, dass wir gucken müssen, dass wir unbenutzte Token, die wir gesammelt haben, zurück in den Vorratour. Und das haben wir nicht. Wir müssen irgendwelches, wir müssen sämtliche Stun Cubes entfernen, haben wir auch gerade nicht. Und wir müssen Red Damage Cubes from Enemies that have not been defeated auch zurücklegen, was ich ja gerade gesagt habe. Wenn die einen Schaden bekommen haben, aber wir sie noch nicht komplett besiegt haben, dann wir heilen sie am Ende der Runde. Gut, und das haben wir jetzt alles erfüllt und dann gehen wir jetzt auf End Round und Runde 1 ist vorbei und jetzt startet Runde 2. Wir haben wieder die gleiche Reihenfolge, dass wir die Enemy Reaction zwischen beiden Spielerphasen haben. Wir können uns wieder entscheiden, wann wer dran ist, aber als Erste wird immer erst gewürfelt. Gut, ich setze mal meine Würfel ein. Das war jetzt für den Nobleman und oh, der hat zwei Misses gewürfelt. Die können wir vielleicht gleich umwandeln oder vielleicht machen wir auch einen Re-Wall, das gucken wir gleich mal. Ich würfel jetzt erstmal für den Forest Guard und der hat auch einen Miss gewürfelt. Und ja, dann müssen wir gleich mal gucken. Oh, jetzt habe ich gerade, was war das für ein Ergebnis? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe ja gerade versehentlich einen Würfel durcheinander gebracht. Tja, ich meine, das war ein Schwert gewesen. Ich gucke mir das mal eben in der Aufnahme an. Ja, zum Glück lief die Überwachungskamera. Ich konnte gerade nachgucken. Es war tatsächlich das Schwert, was ich hier gewürfelt habe und ich lege jetzt die Würfel mal hier hin. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Jetzt müssen wir mal gucken. Also wir sind jetzt wieder in der Preparation-Phase, also in der Vorbereitungsphase. Und da hole ich nochmal hier unseren Überblick. Wir haben jetzt gewürfelt und jetzt können wir wieder gucken, haben wir hier irgendwo ein Ergebnis dreimal? Das ist nicht der Fall, also können wir hier nichts manipulieren. Dann können wir gucken, ob wir daschen wollen. Das könnten wir tatsächlich tun. Wir würden dann aber tatsächlich einen Schaden bekommen, weil hier dieser Bogenschütze ist. Es sei denn, der Nobleman, der könnte mit seiner Fähigkeit, sollte er sich hier für die entsprechende Seite entscheiden, hier auch für die Error-Seite. Da müsste ich so machen. Dann würde er das nicht erleiden. Aber der Forest Guard würde auf jeden Fall was erleiden. Und ja, oder wir können jetzt eine Flamme einsetzen, um einen Fehlschlag nochmal neu zu würfeln. Okay, da müssen wir jetzt erstmal überlegen. Ja, vielleicht wundert ihr euch noch, was das hier eigentlich ist. Das ist tatsächlich Essen, ein Food-Token. Die kann ich nutzen, um mich zu heilen, allerdings nicht während des Kampfes. Das kann ich nach dem Kampf machen, weil wir spielen ja hier diese Mini-Kampagne. Und nach dem Kampf heilen sich die Helden nicht komplett. Die heilen dann nämlich nur eine Flamme und ein Herz. Und möchte ich mehr heilen, kann ich die einsetzen. Und ich habe in der Vorbereitung, habe ich mit dem Nobleman zwei Food-Token bekommen, beziehungsweise habe sie mir gekauft und mit dem Forest Guard einen. Ich konnte nämlich in der Vorbereitung mir ja Skills kaufen. Ich hatte zehn Gold zur Verfügung. Und hier habe ich dann bei den Nobleman, habe ich acht Gold ausgegeben für die beiden Skills und mir zwei Food-Token geholt. Und bei dem Forest Guard habe ich neun Gold ausgegeben für die beiden Skills hier und konnte mir ein Food-Token holen. Wir können uns auch hier noch weitere Food-Tokens holen. Die liegen hier. Die kriegen wir ja nur dann, wenn wir alle Gegner in einer Zone besiegt haben. Und dann gibt es hier noch diese Truhen. Da ist Loot drin. Die können wir einsetzen, wenn wir einen Fokus gewürfelt haben. Also hier dieses Ergebnis. Dann können wir so eine Truhe aufmachen und dann kriegen wir ja irgendwas. Eine Rüstung, ein Schwert oder sonst was. Das wird uns dann die App sagen, welches Upgrade wir kriegen. So, aber jetzt muss ich mich erst mal auf das Kampfgeschehen fokussieren und gucken. Wir haben jetzt nur noch zwei Minuten Zeit und wir müssen den Spion befreien. Wir müssen hier diesen lila Typen besiegen und wir müssen einen Weg hier rausfinden. Und das sollten wir jetzt tun. Und ich glaube, ich werde jetzt sowohl beim Forest Guard als auch beim Nobleman jeweils eine Flamme einsetzen. Wir fangen mal mit den Nobleman an. Ich setze eine Flamme ein und wenn wir das machen, dürfen wir, hier steht, spend one flame to reroll any number of misses results once. Also er hat zwei Misses geworfen und die kann ich jetzt einfach nochmal neu würfeln. Das machen wir mal. Ja, und wir haben zwei Schwerter. Oh, da sind wir aber jetzt ziemlich stark. Und ja, der Forest Guard nutzt auch eine Flamme und würfelt da seinen Miss, äh, seinen Fehlschlag neu. Und da haben wir noch einen Fehl, also einen Fernangriff gewürfelt. Er hat außerdem noch hier einen Nahkampfangriff. Und ja, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt können wir natürlich, ja, da ist jetzt einiges möglich. Und ich glaube, ich teile mich vielleicht auf. Nee. Ich glaube, ich versuche den Lieutenant gleich so schnell wie möglich zu besiegen. Ich habe eine Idee. Also ich werde mit dem Nobleman wieder anfangen und mache folgendes. Also wir fangen jetzt an. Wir sind jetzt in der, wir starten jetzt mit der Action Phase. Also ich lasse das hier so liegen. Und wir fangen an. Show Enemy Reactions machen wir gleich. Wir fangen mit dem Nobleman an. Der Nobleman nutzt jetzt wieder eine Flamme und bewegt sich hier hin. Dann hat der Nobleman hier drei Schwerter. Und ihn jetzt nutzt er für drei Angriffe gegen den Lieutenant. Der Lieutenant, der hat hier diese zwei Würfel und das sind Rüstungen. Die verhindern erstmal die ersten beiden Schläge. Und somit hat er erstmal keinen Angriff bekommen, keinen Schaden bekommen. Und der dritte Schlag, der führt dazu, dass er einen roten Würfel bekommt. Er hat jetzt einen Damage und ja, der Damage würde am Ende heilen, wenn wir ihn nicht besiegen. Dann habe ich noch den Fokus übrig. Den Fokus kann ich jetzt einsetzen für meinen Low Guard. Ich habe, genau, ich habe ja hier meine Form so gelassen, dass ich im Low Guard Modus bleibe. Und jetzt nutze ich den Fokus für eine Verteidigung. Und da kriege ich diesen Verteidigungstoken und den lege ich hier hin. Und den ersten Schaden, den ich kriegen würde, würde ich damit verhindern. Und ich werde wahrscheinlich gleich einen Schaden kriegen. Von daher lasse ich das jetzt so. Und ja, das war jetzt der Zug des Nobleman. Wir holen wieder die App und schauen uns die Enemy Reactions an. Und wir haben jetzt einmal eine Reaction von einem roten Gegner und einem grünen. Und das ist jetzt ganz spannend, weil der rote Gegner, der visiert jetzt, wir gucken jetzt mal, gibt es einen roten Gegner, der in Reichweite, der sich in derselben Zone befindet wie ein Spieler. Und das ist hier der Fall. Also dieser rote greift uns jetzt regulär an. Und da ich jetzt mit den Nobleman die Verteidigung habe, passiert nichts. Es passiert aber was anderes. Ich bin ja gerade in der Low Guard Position. Und jetzt gibt es einen kleinen Kombo. Und zwar steht hier, once per Combat Round, if you block, was wir gerade gemacht haben, any damage from an enemy in your zone. Also wenn ich irgendeinen Schaden geblockt habe, deal one damage to that enemy. Also kriegt der rote Gegner hier einen Schaden. Oh, das ist nicht der Schaden. Das ist der Schaden. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Als nächstes gucken wir uns mal an, was der grüne Gegner macht. Und was hier ganz interessant ist, diese Enemy Reactions, das habe ich gerade gesagt, die weichen teilweise davon ab, was hier auf diesen Karten steht. Das ist auch so gewollt. Hier ist dann so ein gewisser Überraschungsmoment drin. Und ja, der Blocker hier, der würde jetzt auch jemanden angreifen, wenn jemand hier sich befinden würde. Und ist das nicht so der Fall, dann macht er stattdessen diesen Block Token. Und ich glaube, dass er im Grunde auch jetzt hier so einen Block Token kriegt. So interpretiere ich das. Das heißt, würden wir ihn jetzt angreifen, dann würde er den ersten Schaden verhindern. Kann auch sein, dass er so einen Rüstungstoken stattdessen kriegt. Aber wahrscheinlich nur bis zum Ende der Runde. Okay, das kann uns aber in dem Fall egal sein, weil den werden wir jetzt eh dort lassen. Der bewegt sich jetzt nicht zu uns hin. Gut, dann klicken wir mal auf Continue und jetzt sind wir wieder dran. Ja, jetzt können wir gucken. Das ist nämlich jetzt ganz spannend. Ich könnte tatsächlich jetzt mit dem Bogenschützen die beiden Gegner hier besiegen. Und das werde ich wohl tun. Und ich könnte versuchen, die Truhe zu öffnen. Okay, ja, was mache ich jetzt? Ich nutze erst mal meinen Fokus hier und setze den hier auf die Truhe. So, der Forest Guard öffnet jetzt diese Truhe B. Und das geht wie folgt. Ich nehme ja wieder die App und klicke hier auf B. Und da steht jetzt, habe ich das jetzt geöffnet? Und ich klicke Ja. Und hier steht, das ist der Gegenstand, den ich bekomme. Da muss ich mal eben selber eben durchlesen. Das ist ein Viewing-Band. Interessant. Das kommt hier gleich in mein Gepäck, was ich hier habe. Ich habe hier so verschiedene Slots. Das wird jetzt etwas eng hier auf meinem Board. Aber ja, das kann ich hier gleich drauflegen. Und zwar ist es das hier. Das kommt jetzt hier in mein Gepäck. Ich lege das mal hier so hin. Und im nächsten Spiel muss ich das ein bisschen hier großflächiger aufteilen. Ja, was macht das Viewing-Band? Hat eine tolle Fähigkeit. Ich kann zwei Fehlschläge in eine Bewegung umwandeln. Das ist gut. Solche Sklick-Karten mag ich. Deshalb mag ich auch zum Beispiel bei den Noblemen diese Karte hier, die mir etwas Ähnliches ermöglicht. Somit sind manche Züge mit Fehlschlägen dann nicht ganz nutzlos. Okay, jetzt, da wir die Truhe geöffnet haben, können wir weitermachen. Ich nutze jetzt mal die Bewegung hier und bewege mich hier hin. Wobei, nee, halt. Ich nutze erst einen Fernschuss und greife den roten Gegner hier an. Der hat ja nur noch ein Leben und ist somit besiegt. Dann nutze ich die Bewegung und wandere hier rüber. Und dann schlage ich hier mit diesem Schwert den Lieutenant. Und der ist auch besiegt. Und somit haben wir den Spion befreit. Der ist jetzt hier. Und ja, jetzt würde ich den Spion hier unter den Forest Guard legen. Der wird den jetzt hier mit sich nehmen und hat dann entsprechend auch gleich den Nachteil. Der Nachteil war ja, dass ich gleich noch de facto drei Würfel habe und dass wir nicht dashen dürfen. Okay. Gut. Und das war mein Zug. Und jetzt, ja, klicken wir mal hier auf Start Enemy Turn. Und jetzt sind wieder alle Gegner dran. Und im Grunde kann ich jetzt halt immer gucken, welche Gegner sind denn überhaupt zwei Felder, ein oder zwei Felder von mir entfernt. Alle anderen, die weiter entfernt sind, machen nichts, weil die können mich einfach nicht erreichen. Das ist, ich glaube, in späteren Missionen oder ich glaube, erst bei der Erweiterung kann es mal sein, dass Gegner auch was machen können, die weiter weg sind. Aber im Grundspiel ist es, glaube ich, nicht so. Und der einzige Gegner oder die einzigen, die uns erreichen könnten, sind die drei hier. Aber das haben wir ja gerade auch gesehen. Der rote und der grüne Gegner machen nur was, wenn wir im selben Feld sind. Und dann greift uns eigentlich nur noch der Bogenschützer an. Der ist tatsächlich in Range 1 von uns. Also greift er uns an. Und in dem Fall können wir, glaube ich, sogar aussuchen, wen er von uns angreift, weil er das nicht genau definiert. Manche Karten definieren das. Dann haben wir hier so ein Symbol stehen. Das sagt dann zum Beispiel aus, dass die Priorität hat der Spieler, der oder priorisiert wird der Spieler angegriffen, der als erstes hier in der Reihenfolge dran war. Also in dem Fall der Nobleman. Aber hier bei den Bogenschützen, da ist es egal. Und ich würde sagen, dass er den Forest Guard dafür angreift, weil der hat bisher noch kein Leben verloren. Und somit endet unsere Runde. Und wir gehen in die Cleanup-Phase. Und ja, wir legen unbenutzte Token zurück. Und das war's. So, dann kommt jetzt Runde 3. Wir müssen jetzt den Weg rausfinden. Und wir fangen wieder, wir haben jetzt wieder die gleiche Reihenfolge. Also die Enemy Reaction ist in der Mitte. Und jetzt müssen wir gucken, wir müssen auf jeden Fall ihn besiegen. Und dann hätten wir eigentlich, haben wir eigentlich so gut wie gewonnen. Wir müssen mit unserem Spion auch noch hier hinkommen. Und ja, das sollte schaffbar sein. Wir würfeln jetzt erstmal. Ich fange mal mit dem Forest Guard an. Und oha, da haben wir eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Wir haben eine Bewegung, noch eine Bewegung. Wir haben einen Superschuss. Und wir haben einen Misserfolg. Den lassen wir wahrscheinlich einfach so. Dann würfeln wir nochmal mit dem Nobleman. Und der Nobleman hat eine Bewegung, einen Fernschuss und einen Misserfolg. Okay. Dann müssen wir mal überlegen, wer wann dran ist. Oder wir gucken nochmal, haben wir irgendwo ein Würfelergebnis dreimal. Das ist nicht der Fall. Wollen wir Flammen einsetzen? Wahrscheinlich nicht. Und beim Nobleman muss ich mir jetzt überlegen, welche Form er annimmt. Ich glaube tatsächlich, ich nehme jetzt mal die Errorform. Und ich muss mir überlegen, ob ich dashe. Und das werde ich mit beiden tun. Wobei halt, ich kann mit dem Forest Guard nicht dashen. Ich kann also nur mit dem Nobleman dashen. Der Forest Guard ist hier. Und ach stimmt, Moment, ich habe ja auch noch die Sonderregel, dass ich mit dem Forest Guard tatsächlich ja nur drei Würfelergebnisse nutzen kann. War das so? After rolling dies, they must discard one die, or they choose, of their choice, of their turn. Also ich darf jetzt einen Würfel vom Forest Guard, muss ich abwerfen. Und dann nehme ich natürlich den Misserfolg. Der bringt uns eh nichts. Gut, dann geht es jetzt los. Ich muss mich jetzt entscheiden, welche Reihenfolge ich hier mache. Und eigentlich ist das ziemlich eindeutig, wie ich das mache. Ich starte mal mit dem, Nee, mache ich doch nicht so. Nee, ich lasse so. Ich lasse es wahrscheinlich so. Wir müssen nämlich gleich aufpassen. Kann doch durchaus sein, dass die uns hier gleich noch stören. Ja, ich fange mit dem Nobleman an. Und ich mache folgendes. Wir haben jetzt die Errorform genommen. Und das erlaubt uns hier mit dieser Fähigkeit, dass wir Pfeile, also Fernangriffe, umwandeln können in eine Bewegung mit einem Schlag. Das mache ich, könnte ich machen, aber ich mache was anderes. Ich nutze, oh, das war eine Bewegung, ja. Ich nutze erst mal die Bewegung und gehe hier rüber. Dann nutze ich hier den Misserfolg und mein Schwert, setze das hier drauf und produziere mir hier diesen Spezialschlag. Den Spezialschlag wandle ich direkt um in zwei normale Schläge und greife hier den roten an, der ist direkt besiegt. So, dann habe ich jetzt noch diesen Pfeil. Den Pfeil setze ich jetzt ein, umwandle ihn um in eine Bewegung und in einen Schlag und dann geht der Nobleman hier runter und schlägt diesen Bogenschützen kaputt. Der hat nämlich nur ein Leben. Warum habe ich das gemacht? Weil der Nobleman sonst gleich möglicherweise hier von den beiden angegriffen worden wäre und das wollte ich nicht. Außerdem hat das jetzt den Vorteil, dass jetzt der Nobleman am Ende seiner Phase mit diesem Food-Token zusammen ist und diesen Food-Token kann ich jetzt aufheben, weil es befinden sich hier keine Gegner und somit habe ich hier schon mal drei Food. Das hilft mir in den nächsten Szenarien. So, das war jetzt mein Zug und jetzt gucken wir mal, was für Reactions kommen. Show Enemy Reactions und wir haben einmal den Hund, der was machen würde und wir haben den lila Lieutenant, der ist besiegt. Den müssen wir jetzt hier in der App markieren, dass er besiegt wurde. Jawohl. Und dann kommt jetzt stattdessen dieser Grüne zum Zug. Gucken wir erst mal, ob der Hund was machen kann. Eins, zwei. Eins, zwei. Nein, kann er nicht. Er ist out of range. Bzw. wir sind out of range. Von daher können wir das ignorieren. Bei dem Grünen sieht es anders aus. Der wird sich tatsächlich jetzt bewegen. Der macht jetzt diese zweite Aktion, weil wir nämlich ein Feld von ihm entfernt sind und er kommt hier hoch. Aber mehr macht er dann auch nicht. Er greift uns nicht an. Haben wir Glück gehabt und jetzt können wir auf Continue klicken. Und dann geht es weiter. Jetzt sind wir dran und jetzt können wir den Forest Guard einsetzen. Ich habe zwei Bewegungen und mit den beiden Bewegungen kann ich mich jetzt hinbewegen und dann hätten wir eigentlich schon gewonnen. beziehungsweise müssten gleich noch die gegnerische Phase abwarten. Ja, das ist nicht schlimm. Ich... Ja, mach das einfach mal. Ich setze diese beiden Bewegungen ein und gehe jetzt mit dem Spion zum Ausgang. Dann habe ich hier noch diesen Spezialschuss. Den setze ich zum Range Shot ein, mache damit zwei Damage, aber ich gehe jetzt einfach nur auf den Bogenschützen, weil der könnte mich potenziell jetzt gleich auch noch angreifen und ich will nicht unnötig Leben verlieren. Und somit wäre jetzt tatsächlich mein Zug vorbei und mehr mache ich nicht. Ich starte jetzt noch die Enemy Turns und jetzt gehen wir nochmal alle Gegner durch, die jetzt was machen können. Und zwar der Hund, der könnte tatsächlich jetzt was machen. Er ist nämlich jetzt zwei Felder von uns entfernt und würde sich jetzt tatsächlich hier hin bewegen. Bogenschützen gibt es nicht mehr. Ja, der Rote hier, der macht nichts, der hat keinen bei sich und der Guard, der macht tatsächlich jetzt noch was. Er fügt uns jetzt noch einen Schaden zu. Das ist natürlich bitter. Wir kriegen ein Damage, den wir auch gleich mit rüber transportieren. Ja, und mehr haben wir jetzt nicht. Alle anderen Gegner sind weg. Und jetzt ist quasi Ende der Runde. Also es war jetzt die dritte Runde. Jetzt gehen wir in der Cleanup Phase. Und jetzt müssen wir gucken, haben wir denn alles geschafft? So, wir müssen jetzt hier abhaken. Die Vize Militia Leader haben wir geschafft. Wir haben den Spion mitgenommen und jetzt müssen wir durch Exit A fliehen. Der Forest Guard kann das Problemlos machen. Der geht jetzt hier durch, hat es geschafft. Der Nobleman ist hier. Der muss nicht zwingend hier sein, um da durchzugehen, sondern der kann auch von hier durchfliehen. Aber er verliert jedes Mal, wenn er eine Zone durchquert, wo es ein Gegner drin ist oder auch wenn in seiner Startzone sich einer befindet zum Ausgang, dann verliert er ein Leben. Und da sich dieser Grüne hier befindet und jetzt hier hochgeht, verliert er noch mal ein Leben. Das war jetzt ein bisschen bitter. Der hat uns tatsächlich hier noch mal zwei Schaden reingedrückt. Wir haben zwar jetzt gewonnen, aber dafür haben wir jetzt vier Damage, die wir mit in das nächste Level nehmen. Gut, ist nicht schlimm. Haben wir abgehakt. Und ja, somit müssen wir jetzt bestätigen, dass wir alles geschafft haben. Ich drücke auf Confirm. Und jetzt steht hier, dass jeder Held eine Flamme und ein Herz heilt. Also ein Lebenspunkt. Dann hat der Nobleman jetzt noch drei Schadenspunkte. Und jetzt müssen wir hier eingeben, wie viel Schaden wir jetzt noch übrig haben. Beim Forest Guard ist es sieben. Beim Nobleman sind wir jetzt bei drei. So, und ich kann jetzt, weil wir am Ende, weil wir jetzt quasi zwischen den Szenarien sind, kann ich jetzt hier auch mein Food einsetzen. Und ich werde tatsächlich alle drei Foods und heile mich nochmal um drei, damit ich jetzt im nächsten Szenario wieder voll aufgeladen bin. Dann haben nämlich beide Helden nur eine Flamme verbraucht. Und von daher gehe ich jetzt hier wieder auf sechs. Ja, und somit haben wir dann auch das Spiel gewonnen. Wir haben, ja, hier steht auch noch das Loot, was wir bekommen haben, die Punkte. Und wir liefen das Combat. Und jetzt kriegen wir sogar noch einen Reward. Wir können uns jetzt aussuchen, ob wir einen dieser Gegenstände haben wollen für den großreichen Sieg, den wir jetzt haben. Dieses Schwert könnten wir haben. Damit könnten wir tatsächlich Würfel umwandeln. Ich gucke mal eben, was steht hier. Das erlaubt uns, reguläre Angriffe in eine Verteidigung umzuwandeln. Nicht schlecht. Und dann haben wir hier noch eine Potion of Speed. Die ermöglicht uns einmal, uns um zwei Felder zu bewegen. Ja, das können wir jetzt mal gucken, was wir davon machen. Ich glaube, ich nehme das Schwert. Ja, ich nehme mal das Schwert. Das klicke ich hier an. Und jetzt muss ich mir diese Karte raussuchen. Das ist das hier. Und das kommt jetzt hier in unseren Weapon Slot. Ich glaube, das ist eine kleine Waffe, wenn ich das Symbol hier richtig interpretiere. Das kommt hier hin. Sword Breaker. Und das ermöglicht uns jetzt einfach, Verteidigung in Angriffe umzuwandeln und umgekehrt. Das ist ziemlich cool. Und damit haben wir ja neue Optionen. Ich mag das. Dann können hier nämlich so schöne Kombos entstehen. Ja, und das war's dann. Jetzt gehen wir hier auf Next. Und da ist jetzt nochmal zusammengefasst. Das ist jetzt unser Loot. Und dann können wir das Commit verlassen. Und dann geht jetzt hier die Geschichte weiter. Ja, das war's mit dem ersten Szenario. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzugucken. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr mal auch einen Teil 2 sehen wollt. Ich werde das Spiel nämlich jetzt hier so speichern. Ich kann nämlich so, wie die Karten jetzt hier liegen. Da gibt es hier diese Boxen. Die sehen so aus. Da kann ich jetzt die Würfel, die Lebenspunkte, die wir übrig haben, kann ich hier alles reintun. Die Skills, die wir gesammelt haben und Gegenstände. Und dann wird das Spiel quasi gespeichert. Also man kann das ziemlich schnell wieder zusammenbauen, das Spiel, und auf den Tisch bringen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Da bin ich dann halt auch nicht gezwungen, jetzt irgendwie hier stundenlang oder tagelang das Spiel aufgebaut zu lassen, sondern kann es zwischendurch dann auch mal eben aufbauen. Und dann immer wieder mal speichern. Und das werde ich jetzt auch tun. Und ja, wenn ihr Interesse habt an einem weiteren Let's Play, kann ich das gerne mal hier an dieser Stelle so weiterspielen, dass ich dann das zweite Szenario euch mal zeige. Ja, dann danke ich euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.